Er muss den letzten Sprung schaffen, das ist so dieses Jumpla bei Minecraft. Den letzten Sprung und der andere macht ihm einfach vorne, den letzten Sprung, den Block einfach weg mit Creative Mode, weißt du? Und dann ist er auf der anderen Seite gerangetet aus unserer Lobby erstmal kurz raus. Das hätten wir aber auch angesagt. Und Arne, ich hab jetzt den zweiten Weg zu deinem Haus verm- Was? Inwiefern? Bist du in deinem Haus? Ich komme mal in deinem Haus raus. Wie in meinem Haus raus? Ja, wo bist du? Achso, lol, hi. Hier. Ja, guck mal hier. Das geht so von hier aus. Guck mal hier runter. Da und da und da. Ach lol. Du hast gar nicht gecheckt, dass das der Riss ist oder was? Doch, aber ich wusste nicht, dass ich jetzt hier wieder in deinem Haus rauskomme. Ja gut, alles klar. Das ist fast wie ein Kunstwerk, was du da hier wieder gebaut hast, ey. Aber jetzt hab ich mein ganzes Cobblestone wieder fast verballert, ey. Was ich eigentlich nicht verballern wollte. Egal. Weißt du, wie lang wir eigentlich aufnehmen? Boah, WTF. Eine Stunde und 22 Minuten circa. Ich guck grad auf die Uhr und denk mir so, was? Ist das ehrlich jetzt? Und ich hör einen Enderman und nö. Seriously? Boah, ich darf gleich nicht vergessen, Zaun noch zu bauen. Zaun bauen ist wichtig. Oh, es wird da echt dunkel. Das ist scheiße. Ja. Boah, Enderman hat die Fresse da draußen. Wenn er an meiner Farm was klaut, dann raste ich aus. Ha! Klaut dir einfach eiskalt so ein Weed raus, weißt du? Das ist meins, ja. Alles meins, alles meins. Ich brauche Cobblestone, ey. Baust du da gerade draußen was ab? Ich baue nicht ab. Okay, baust du da was hin? Ja. Okay, hörst du den Enderman denn nicht? Nö. Hier, musst du den da doch auch rühren, oder nicht? Ich hör mir nix. Oh, jetzt kommt da hin. Da hin. Nehme ich mir mal. Hm. Mal eine Iron Pickaxe, ne? Man muss sich ja in der Menn jetzt da oben gleich rippen, oder was? Sieht so aus. So, warte mal. Hier. Das entfernen. Damit ich da dran kann. Du musst aber schnell oben hin den Kürbis klauen bei mir, ey. Der Wichser. Hä? Ich hör den hier unter meinem Haus, aber da war ich gerade drin, da ist er nicht. Oh nein, guck mal. An deiner Farm sind zwei Creeper, ne? Echt? Ich seh die von dir oben. Ja. Was machen die da? Noch nix. An deiner halbfertigen Farm. Ja. Viel Zaun und dies und jenes. Und ich hab immer noch nichts davon ernten können, dass das irgendwie richtig deprimierend fasst. Aua. Oh, wie groß mein Zuckerrohr hier schon gewachsen ist, ey. Tschüss. Boah, geil. Drei mal Zuckerrohr. Geil. Da wächst der Kürbis langsam. Boah, bei meiner Farm läuft auf jeden Fall. So, hier dann noch eben die Steine weg, damit ich das mit Dirt gleich ergänzen kann. Warte mal, theoretisch brauche ich gar keine... Cobblestones. Fällt mir gerade mal ein. Ich kann einfach mein Haus wieder abbauen. Tch. Ja, da... Die... Die wollte ich ja eh abbauen dann, weißt du. Hast du irgendwo eigentlich schon deinen Superstein verbaut, den du so toll findest? Dafür farm ich grad ein bisschen Cobblestone. Ah. Du siehst direkt über dir. Ist über dir oben Dirt. Hm? Hm? Hm... Was ist genau über mir? Was meinst du jetzt genau? Er siehst mich nicht hinter dir auf dem Berg? Ja, klar seh ich dich, aber... Bezug auf was jetzt? Also, ich meinte, ich hab grad nachgefragt, ob ich irgendwo deinen super neuen Stein bewundern kann. Ja, dann hab ich gesagt, ich farm Cobblestone hier oben hinter dir. Ja. Auf dem Berg. Das will ich doch gar nicht wissen. Doch, du hast doch gefragt, ob er schon verbaut ist. Dann hab ich gesagt, nö. Weil ich grad hier noch am farm bin. Ich mach hier auch grad alles toll. Oh, ist aber süß. Warte mal, dann kann ich da unten den Stein einfach abbauen, der da noch fehlt oder nicht? Oder willst du hier drüber alles bauen? Äh... Weißt du was? Das ist so mehr oder weniger deine Sache. Aber ich weiß nicht, wenn das Ding da an deinem Haus hier, ich weiß nicht, ob du das überhaupt haben willst, weißt du? Oder willst du das für irgendwas benutzen? Das ist ganz ehrlich gar nicht. Du hast ja in der Mende, der kann ja auch hier unten drin sein, ne? Keine Ahnung. Mach was du willst. Also hier solltest du auf jeden Fall das Loch so ein bisschen freilassen, falls man noch mal runter will, ne? Ja, okay. Skeletor, du bist nett, ich bin nett, okay? Hi. Wie ist du denn jetzt, oder? Okay, er ist nicht nett. Er hat Skeletor, ne? Ja, Ripplich hat noch mehr Luft. Ist doch niemals nett. Der war aber weit weg. Ich bin nett, aber nö. Och. Warte halt Beef. Dann kriegt er den Beef, wenn er den will. Äh... So. Weißt du was? Ich hab grad erst mal kein Dirt dabei. Hm. Wir haben jetzt hier noch zwei, drei Stacks und dann fang ich an, mein Superhaus wieder abzubauen. Oh Jesus Christ. What's going on here? Oh, da sind ein paar Friends. Hey, du hast hier die halbe Web auf den Arsch. Zombie, Skeletor, Creeper, Spidey. Oh Mann. Hi, Skeleton. Der ist noch nett. Ah, jetzt ist er nicht mehr nett. Jetzt muss ich ihn töten. Oh Gott. Spinnies. Geh weg von mir, Spinnie. So. Wir haben es zwar nackt, aber ich muss jetzt trotzdem erstmal hier dran weiterbauen. Ah, so. Das sieht noch authentisch genug aus. Yes. Gefällt mir. Stimmt. Ich hab... Du wolltest noch Sand haben, aber woher krieg ich wieder meinen Sand? Hinten bei mir, hinterm Haus, ist ein Meer. Da gibt's einfach genug Sand. Schönes Meer. Joa. Nicht das Tote Meer, sondern ein schönes Meer. Oh, da ist der Enderman! What the fuck, du kleiner Hodenkobol. Der ist im... Wie kommt denn der in mein Haus rein? Der gammelt in meinem Haus oben. Ich hab so einen kleinen Sims gebaut, Alter. Der gammelt da oben. Ich wollte gerade sagen, das ist doch der... Ich höre die ganze Zeit oben in meinem Haus. Ey, du kleiner Hodenkobol. Haha. Wollen wir jetzt gleich hier nen Dings... Jetzt mal hier meinen, äh... Kürbis-Helm holen, klar. Anscheinend ist da oben ein bisschen zu dunkel, dass da Mobs spawnen können, ey. What the fuck? Tag, ich höre die doch die ganze Zeit in dem Haus, du kleiner Bastard. Hm, ich hab schon irgendwie wieder... What the fuck? Auf meiner Farm ist auch ein Skeletar. So. Ja, so. So ist das gut. Also es ist hier auch zu dunkel, okay. Hier musst du ja auch noch Leuchttikus machen. Aber das kann ich jetzt eben schnell machen. Da. Da. Und da. Und da. Und hier unten kann man sich streiten, weil ich keinen Sand habe. Ich muss mir Sand holen. Äh, ich komme umsonst zu holen. Oder? Soll ich es hier die Scheiße machen? Ich komme um Oakwood zu verarbeiten. So, hier. Moment. Ein bisschen Oakwood vorher noch. Ich lass mal 10 hier. Zack. So. Saun war folgendermaßen. Oben. Planken. Unten. Sticks. Nicht. Achso, ja. Warte. So. Oh, doch nicht. Oh, doch nicht. Ändern wir ja nicht. Komm gleich. Oben? Ne. Ist es egal, wo man die gebaut hat? Herr Johnson, wo musste man nochmal die Planken hinpacken? Also 6 oben und dann ein Stick unten, meine ich. Ach, warte. Das ist Zeichen. Und Fans war nochmal. Ach, Fans. Ich tritt mein Schild. Ja, ich habe gerade nach beidem gefragt. Eigentlich. Ja, Fans ist, also Fans ist rechts. Oha! Rechts zwei Planken, links zwei Planken und in der Mitte zwei Sticks. Warte mal. Ich glaube, ich verstehe. Ja, ich habe verstanden. War schwere Geburt, aber ich verstehe. So, Enderman. Ich bin leichter. Was ist das? Hm. Ich habe jetzt über das verkrackte Gesicht, wie in dem scheiß Kürbis, ey. Er war wieder gar nichts. Junge, ey, what the fuck Weißt du nicht mal, wie ich da jetzt hochkommen soll Fuck Das sieht aber nur strange aus Oder? Das sieht aber nur seltsam aus Ja, Mann, das sieht seltsam aus Fuck, das kann ich so nicht bringen Ich muss, wenn, dann über Altstein, glaube ich, hier machen Ja Ach ja Was sieht so gut aus mit dem Dings Alter, dieser Scheiß Woll, wo ist die Enderperle? What the fuck? Hat er keine Enderperle getroppt, der kleine Hund Wo ist das für eine Hund? Die hat einfach keine Enderperle getroppt Bastard, ey Weißt du, da gammelt ja schon viel Das sieht man in meinem Haus, Alter, und droppt nicht mal eine Enderperle Der kleine Bastard, ey Der kleine Bastard, ey Der kleine Bastard, ey Der muss ja eh nochmal hoch Na gut Ich fand eine Situation gut aus mit der Natur so ein bisschen Ach ja Aber dann muss ich ihn doch wohl so machen Egal Sieht wohl auch so noch sehr nice aus Was lachen du? Ich hab mir jetzt eine Jack O'Lantern gebaut Deswegen lach ich Die echt oben auch alles erhellen Weil hier oben Echt auch was spawnen kann What the fuck? Ich dachte, das reicht eigentlich Jesus Johnny, ey Das kaltet hier schon wieder gleich voll aus Ey Ist das denn Das ist so Krank einfach Ja, frag mal mich Ey Ne, ernsthaft jetzt Oha Ich glaub, ich diesen Bullshit hier baue Sollte ich, glaub ich, erstmal eine Dings fertig bauen Meine Plantage da Den Zaun Ich glaub, das ist besser Ja, ich mach das auch gleich sofort Bevor ich hier die Kacke zu Ende baue Brauch ich nämlich einiges wieder an Holz Und dies und jenes Alter Ich glaub, ich hoffe nicht, schaffe ich das Bein Haus noch in dieser Season Äh Season In dieser Runde hier fertig zu machen Das Season Ne, ne, ne Das geht hier erstmal weg Das sieht nicht gut aus So Damit dir auch keiner hier Faxen schiebt Habe ich noch Dirt Dann kann ich das hier einfach schon mal lernen Na Unendliche Wasserquelle Adieu Monsieur Habe ich da jetzt hoch? Nein Habe ich keine Egal Kack drauf Ist ja schon fast fertig hier die Scheiße Wollen wir mal hier oben eine Fackel drauf packen An dieser Ecke und an der anderen Die wollen wir mal auch nicht vernachlässigen So Bueno Sag ich dir Das ist richtig bueno Ich guck mal gleich bei dir was da abging Was du bis jetzt so in diesem Part hier alles geschafft hast Wollt Ja Ja Richtig viel Ja so geht das nicht Richtig viel Crap bei dir ab, ne Ja Ja So kann man was richtig cooles jetzt so bauen Dass das jetzt so funktioniert wie ich mir das vorstelle Sieht das ein bisschen komisch aus Ich bin schon wieder fleißig hier im Holzfarm Also es sah hart verdientes Holz hier ausgeben, ne Hart verdientes Holz? Das hart verdiente, was ich alles nachpflanze und sogar vermehrfache Mehrfache Ja Genau das Ich bin hier richtig der Farmer da Wieso geht das nicht? Richtig coole Laterne bauen das funktioniert aber nicht ey Das ist scheiße Ja Ja Tak, zack, zack Das was ich gerade abgebaut habe auch schon wieder alles einammeln, hinsetzen Dies und das So Das Ding vielleicht Vielleicht So Ha Nice Geil Ey das ist ne sexy Laterne alter Ciao Ich werde mal meine ganze Umgebung hier gerade auseinanderrippen ey Ich überlege gerade noch was ich oben hinsetzen wollte ich glaube Eigentlich so Waffen und Rüstungen habe ich mir mehr gedacht aber das ist doch Ich sollte da erst Steine und Holz zumindest lagern aber ich komme eh nicht dazu um sowas zu lagern weil ich das eh alles verbrauchen werde bis jetzt Ich überlege jetzt gerade Ich überlege jetzt gerade Ich überlege jetzt gerade Was denn? Ob ich mein Dach aus Cobblestone lasse eigentlich Ich glaube das mache ich Ich glaube ich baue nur das Haus aus dem neuen Stein Ja mache ich so Ich habe nämlich keinen Bock Dass beides so Mainstream so gleich aussieht weißt du Mhm Sieht eigentlich schon mal bei dir jetzt ziemlich ordentlich aus ich komme mal rein und gucke mir das mal an Ja kannst du machen So Hallöchen Eintritt kostet 100 Euro Nope Das ist das hier Das ist hier noch nichts Vielleicht geht das noch was So Hier ist dein Bett Hier sieht das bei mir ultra buggy gerade aus Warum? Weil ich hier Zwei Fenster sehe Zwei halbe Ja weil ich da ein Fenster hatte Ich baue hier gerade Ne ne ich baue hier gerade alles Habe du gesagt Achso Also das ist richtig dass das Ding hier einfach so rumschwebt Ich wollte gerade sagen so Irgendwas passt hier doch nicht Ne das ist legend Ja komm dann kannst du mal kurz kommen dann führe ich dich mal ein bisschen rum hier Aha Ist ja mal interessant also die Tür also die ist Ja 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 Ah Hier gibt es eine Druckplatte und eigentlich eine Tür Hier guck mal hier meine coole Laterne Boah das sieht nice aus Deiner hier Wow Siehst du den? Ja Sehr sehr gut So dann kannst du hier rechts gucken Hier rechts wächst mein Zuckerrohr hier die Kürbisse und links ist Weed Ich finde das sieht sehr schön aus Loli fehlt aber Wasser Hä Sieht richtig hässlich aus What the fuck Johnny das ist aber eigentlich sehr schön muss ich sagen Ja so alles und wie gesagt hier Die Dingens wo Weed reinkommt und eine Workbench zum Essen machen Und wie gesagt du hast ja meinen Secret Keller Room noch nicht gesehen ne Alter das sieht echt gut aus muss ich wirklich sagen Danke Ich fühle mich ja fast neidisch ey Ja die Tür machst du auch nicht hinter dir zu ne Ja 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 das sieht nix Da kommt gleich ein Zombie rein Ja du fragst ja bestimmt was das für ein hießliches Ding hier ist Und hier kommen wir meinen Secret Keller Meinen geheimen Pornokeller weißt du Kann man keine Falltür bauen? Ja Das ist mein geheimer Pornokeller weißt du Uiuiuiuiuiui Gestein und so Holzgedöns Aha Ho weh einfach mal Oakwood da noch drin hat Und so ein Scheiß Ja das sind alle was ich übrig habe ne Er war durchgeiern ne Ein Buch Uncharted Book Aha Ja Nicht schlecht Nicht schlecht Nicht schlecht erspricht Warte mal Da ist ja Keine Kohle drin Das sind ne Francoine Das sind sind wir setzig Steine hast du noch drin Ja, die wollte ich hin. Wollte ich hier mal kurz jetzt eben zeigen, warte. Ja. Mal so. So wird mein Haus gleich aussehen. Wow. Sexy, oder? Das ist ein richtig, also der sieht sogar mit meinem Tech-Repack, ja, haben wir beide ein anderes. Ja. Das sieht aber auch, der meint auch richtig ordentlich aus. Ja, ich finde deswegen, und da habe ich überlegt, ich hätte das ja damals schon mal angefangen damit. Und es gibt auch immer richtig zigesteine so rot. Aber wie gesagt, da habe ich, muss halt Ton für brennen und sammeln. Vielleicht gucke ich mal. Aber erstmal will ich hier mit unten bauen. Mal gucken. In Ordnung. Also ich komme, wenn ich da hier das oben gebaut habe, komme ich da auch mal zu dir vorbei. Ja, da gibt es aber noch nicht so viel. Also du hast da jetzt wirklich viel gemacht. Ja, ich habe auch die ganze Zeit nur gebaut. Ich war gerade nur einmal kurz unterwegs, Kohle, und sonst habe ich nur gebaut, gebaut, gebaut. Ne? Hm.